Das habe ich vor längerer Zeit mal gefunden, ein Holzstück, etwas auf eine Wurzel und habe dann auf Malpappe was gezeichnet, das dann daran befestigt an diesem Wurzelstück. Hinten Leder mit drauf. Ja, das ist ein kleiner Waldkauz, der einem da entgegenschaut. Der ist auch fast auf jeder Ausstellung dabei. Man guckt dann quasi von der Ecke immer raus und schaut sich die Leute an. Mein kleiner Wächter. Wenn es euch gefallen hat, freue mich über ein Like.